Dann auch nicht immer so klar und da sind sie dann, die Kenianer. Der Nächste hier, Michael Kunyuga, hat sich nochmal nach vorne gearbeitet und ist völlig entkräftet, schafft es gar nicht mehr, aber die Ziellinie, der muss noch ein paar Meter. Und von hinten kommt der Nächste, da muss er jetzt rüber und der krabbelt übers Ziel, das ist ja Drama pur. Aber er hat es gerade noch so geschafft, Michael Kunyuga. Der Mann mit der Nummer 8 hatte sich da wohl völlig verausgabt, wenn das Laktat in den Muskeln alles zerstört, die Koordinationsfähigkeit, der Puls am absoluten Limit ist bei 190, 200 Schlägen, dann kann das passieren.